Hey, na du? Hast du Lust ein bisschen zu malen? Denn heute Abend um 20 Uhr auf twitch.tv slash sodynext spielen wir eine Runde Skribbel. Also wenn du zeichnen kannst oder auch wenn du kein bisschen zeichnen kannst und dich darüber beäumeln möchtest, dass du es nicht kannst und die anderen auch nicht, bist du herzlich dazu eingeladen, heute Abend um 20 Uhr mitzuspielen. Die Frage ist, wollt ihr dann einfach nur im Chat teilnehmen, also schreiben, oder soll ich mir Discord runterladen, dass wir alle quatschen können? Das müsst ihr mal noch schreiben, weil wenn ich es nicht runterlade, können wir nicht quatschen. Denn auf meinem privaten Teams-Pick kommt keiner. Alles klar, dann bis heute Abend um 20 Uhr. Ich freue mich. Ciao!